Das ist anstrengend. Anstrengender als die Rockies. Und das ist Tennessee. Tennessee im Allgäu. Ein Hügel nach dem anderen. Kaum Erholungsstrecken. Und steigen zwischen 8 und 13 Prozent. Und das ist ein ganz schöner Hammer mit dem ganzen Gepäck. Jetzt habe ich 25 Kilometer und füllen mich wieder nach 125 Kilometer.